Liebe Lieben, heute zeige ich euch ein Zwischenprojekt und zwar habe ich beschlossen, ich muss mal meine Adressen ordentlich aufschreiben. Dafür habe ich zwei Adressbücher gemacht. Ich zeige euch jetzt als erstes das zweite Adressbuch. Das Adressbuch, was ich als erstes gemacht habe, seht ihr dann in dem nächsten Video. Und das hier ist das Ergebnis. Da sind jetzt noch nicht alle Seiten drin. Das geht auch ganz einfach. Ihr braucht ein Vordercover, ein Rückcover und am Idealsten wären solche Bindungsringe. Ich denke mal, man kann das auch erstmal, wenn ihr sowas nicht habt, provisorisch mit einem Benzel machen. Ich finde ganz praktisch, dass ich die hier halt öffnen kann, wieder verschließen, falls jetzt zum Beispiel eine Adresse dazukommt. Oder jemand zum Beispiel auch umzieht und ich, ja, eine Adresse austauschen muss. Ich habe bei meinem zweiten Adressbuch mir überlegt, ich hätte hier ganz gerne einen Bereich, wo ich Visitenkarten einstecken kann. Zum Beispiel von irgendwelchen Bastisch-Shops, Ärzten, Friseur oder was auch immer. Halt Leuten, denen ich nicht wirklich einen Brief schreibe, aber wo ich vielleicht mal die Adresse doch nochmal brauche. Das hier ist jetzt der Bereich, wo ich die Adresse draufschreibe. Ich hatte hier so von Action, da gehört noch so eine dritte Stanze dazu, die gerade noch war mein Big Shot. Das war von, ist von Action, so eine Stanze und daher kam die Idee, dass ich sagte, oh, ich kaufe mir diese Stanze und dann mache ich ein Adressbuch. Man muss ja immer eine Begründung haben, warum man sich was kauft. Im Nachleinen ist mir aufgefallen, es ist viel einfacher, wenn man einfach ein quadratischer Form macht und zuschneidet, geht wesentlich schneller. Und da ich davon ausgehe, dass nicht jeder so eine Stanze hat, würde ich das euch raten. Ich habe das, ich habe halt weißes Papier genommen, wo die Adresse draufkommt und jetzt hier nochmal das Designpapier. Einfach auch aus dem Grund, weil ich es auch brauchen möchte. Ihr könnt natürlich auch gucken, ihr könnt natürlich auch nur eine Lage machen. Aber mein Plan ist es auch, oder die Überlegung, langfristig, dass ich hier eine Rückseite aufklebe und die noch ein bisschen gestalte. Vielleicht ein Foto von der Person, dessen Adresse das ist, draufpacken oder wie auch immer. Mal gucken. Aber ich glaube, bei den ganzen Adressen wäre das echt eine Mammutaufgabe. Hier ist, so, hier die Rückseite, habe ich ja auch wieder Platz für Visitenkarten. Ich denke mal, das sollte vom Platz jetzt auch reichen. Und hier ist dann die Rückseite. Ja, und hier erkennt man, dass ich auch ein bisschen kleiner Nürt bin, Wahl- und Blumentopf. Bei den Wörtern wird ein paar Leuten vielleicht anklingen, woher das kommt. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Und ich zeige euch, wie hier dieses Adressbuch entstanden ist. Als erstes braucht ihr zwei dünne Pappen. Und zwar meine Maße sind 21 x 12 cm. Wenn ihr nicht nähen wollt, wie ich, dann könnt ihr die Pappen auch dicker wählen. Ich habe jetzt einfach solche, ja, von so einem Designblock die erste Seite. Das ist so eine ganz dünne Pappe genommen. Da kommen ja noch Papierschichten drauf. Also, für mich reicht das, dass ich gesagt habe, das Cover muss jetzt auch nicht zu dick werden. Die Maße für die Seiten mit der Adresse sind... Also, das Designpapier würde ich mir da auf 19,5 x 11,2 cm zuschneiden. Und den Aufleger dann auf 19 x 10,7 cm. Das heißt, ich sehe am Rand dann noch so ein bisschen was von dem Designpapier. In meinem Adressbuch kommen halt noch solche Trenner so weiter, damit ich unterschiedliche Gruppen unterscheiden kann. Zum Beispiel, dass ich sage, das sind die Adressen von der Familie, Freunde, das ist jetzt vom Stammtisch und so weiter und so fort. Und für diese Reiter habe ich dann 20,5 x 11,5 cm gewählt, damit die halt nicht rausgucken. Und das ist halt auch der Grund, warum ich das Cover dann größer gewählt habe. Ein bisschen als diese Adressseiten, damit ich da noch besser gucken kann, wo sich welche Adresse befindet. Dann jetzt zu dem Part, woran ich da gerade arbeite. Und zwar, ich habe jetzt Papier. Das ist vor allem Drucke von der GeliPlate. Vor allem Testdrucke. Also wenn ich zum Beispiel neue Farbe habe, deswegen sind da auch Notizen teilweise auf dem Blatt drauf, dann teste ich die ganz gerne an der GeliPlate, einfach nur zu gucken, wie die Konsistenz ist. Ich habe da so ein paar, weil ich mal Standardtechniken, die ich halt habe und möchte wissen, funktioniert das damit, funktioniert es nicht. Und da ich das auch dann eher zu Testzwecken sehe, habe ich dann auch öfters mal, dass ich dann eher die kleine GeliPlate dafür nehme. Das heißt, die Papiergröße, die dabei rauskommt, ist halt kleiner. Es reicht jetzt nicht für eine Nonna, wäre ihr ATC. Und damit der Hintergrund auch nicht ganz zu wuselig wird, habe ich entschieden jetzt hier auch, dass ich halt Streifen aufklebe und dass die auch nicht zu dünn werden. Aber ich wollte halt schon so einen bunten, knalligen, fröhlichen Hintergrund haben. Da habe ich mir schon die erste Rückseite rausgesucht. Was ich jetzt mache, ich wollte ganz gerne noch ein D-Band ergänzen. Und zwar ist das hier für mich so ein besonderes, weil das habe ich in Schottland gekauft in so einem ganz kleinen, süßen Laden. Die hat mich auch so super gefreut, dass ich da, ich habe ein paar Gorja-Stempel gekauft und Bänder. Und ich dachte schon, sie muss mit mir wieder diskutieren, dass nicht die ganze Spule so viel kostet, sondern Meter. Und die ist so, ja, ist klar, alles super. Und die war echt glücklich, als sie rausgesucht hat, weil ich die Anlage gekauft habe. Und ich war auch glücklich. Und mich freut es jetzt, dass dies, was für mich ein besonderes Band ist, auch zum Einsatz kommt. Ich habe ja da noch ein bisschen was, das werde ich dann auch für andere Projekte noch einsetzen. So sieht das jetzt aus, nachdem ich an der Nähmaschine war. Und ich glaube auch, dass das mein vorderes Cover wird. Das wird hinten hinkommen. So, das ist ein Papier, was die Cover-Innenseite wird. Das habe ich mir schon mal rausgesucht. Da hatte ich kurz geguckt, ob das passt, habe das aber wieder verworfen, weil ich brauche ja noch Papier für die Taschen und habe mich dann für ein anderes entschieden. Und zwar hier das blaue und so ein, sage ich mal, ganz dunkelrot, was leicht so ins lila geht. Sieht jetzt noch ein bisschen gewagt aus, aber ich glaube, die Kombi wird wirklich gut aussehen. Ich schneide mir jetzt mein Papier zu. Und da muss ich auch so ein bisschen grübeln, weil das ist jetzt ja auch mein erstes Adressbuch. Und zwar, das blaue Papier habe ich auf eine Höhe von 8 cm geschnitten. Und dieses, sage ich jetzt mal, dunkelrotes auf 6 cm. Und da habe ich das halt so hingekriegt, sage ich mal, kalkuliert, dass ich die von hinten, bei der hinteren Tasche immer noch, sage ich mal, was von den Visitenkarten sehe und bei der vorderen Tasche eben etwas mehr. Und befestigen werde ich jetzt diese Taschen, indem ich die fest nähe und das heißt einmal drum nähe. Ich bin jetzt zurück von der Nähmaschine und habe hier die beiden Taschen und kann jetzt hier einige Visitenkarten verstauen. So, die Rückseite klebe ich jetzt erstmal rauf. Was ich mache, wenn ich da genäht habe insbesondere, weil dann irgendwie klebt das da nicht ganz so gut zusammen, habe ich das Gefühl ist, dass ich nochmal Klammern benutze oder dass hier irgendwas Schweres darauf liegt und das auch nochmal ein bisschen trocknen lässt. Jetzt mache ich mich mal auch an die zweite Rückseite. Das mache ich jetzt so im ganz schnellen Vorlauf, weil ich habe das ja ausführlicher bei der ersten erklärt. Das heißt, ich suche mir jetzt Papier aus. Ihr seht, das sieht im Moment noch nach gar nichts aus und die Kombination ist, sagen Sie ja vielleicht auch etwas gewagter, könnte man so sagen. Aber ich muss sagen, die Tasche hinten fand ich nachher viel besser als die vordere Tasche und damit gehe ich dann auch gleich an die Nähmaschine. So sieht das jetzt zusammengenäht aus. Ich habe einfach draußen lang genäht. Ihr seht das gleich, wenn ich das umdrehe zum Aufkleben, wo die Naht ist und ihr habt das Gefühl, das hält dann wirklich auch gut zusammen, die Seiten. Was ich als nächstes gemacht habe, ist jetzt die, da seht ihr das, die Seiten zusammenzukleben. So ein kleiner Tipp, falls ihr so ein Dussel seid, was ich gerne mache, ist markieren, wo oben ist auf der Rückseite. Mir passiert leider, dass ich die Sachen manchmal falsch herum zusammenklebe. Aber deswegen muss ich da mal echt genau gucken. So, da ich ungeduldig bin und jetzt nicht ewig warten möchte, bis das getrocknet ist, bin ich doch nochmal am Rand mit der Nähmaschine rumgegangen. Also für diejenigen unter euch, die geduldig sind und auch sagen, ich nehme keine Nähmaschine, würde ich euch wirklich raten, lasst die Tutor Gesicht drauf auf die Teile, lasst das ordentlich durchtrocknen, den Kleber, bevor ihr weiterarbeitet. Und wenn ihr ungeduldig seid wie ich, geht das auch natürlich, indem man das Ganze dann fest, zusätzlich festnäht. Jetzt weiß ich, dass das nicht auseinander geht. So, ich habe mir jetzt halt auch gesagt, so rum möchte ich das Ganze haben. So, da ich ja mal töffelig bin bei sowas, habe ich dann noch zwei, dreimal kontrolliert, ist das richtig rum, wollte mir das ausmessen, habe die Löcher reingemacht und dann habe ich gemerkt, ich habe aber einen Fehler gemacht. Willkommen bei Fuschen mit Sonja. Was das ist, erzähle ich euch gleich. Und zwar ist mein Fehler, das ist ja Adressbuch Nummer zwei. Adressbuch Nummer eins seht ihr da. Ich werde euch das übrigens auch nochmal zeigen, wie das entstanden ist. Ja, und ich wollte natürlich ganz gerne, dass ich die Adressen hin und her chinschen kann. Falls ich jetzt zum Beispiel merke, so, ich tausche eine ganze Adressgruppe aus und ich auch noch gar nicht weiß, welche Adressen in welches kommen und so weiter. Also habe ich das dann noch ein weiteres Loch gestanzt, damit die Abstände gleich sind, ich meine Adresseinleger in beide tun kann. Und jetzt habe ich ja das zusätzliche Loch. Und da habe ich dann gesagt, das sieht ja ein bisschen blöd aus. Also habe ich da vorne und hinten ein Eyelet noch draufgepackt und hoffe, das Ganze sieht dann nachher wie gewollt aus, dass das einfach ein Deko-Element ist. Also ich muss sagen, mich stört das jetzt nicht. Solange ich halt, solange ich mal, man sieht, wo wirklich diese Löcher für die Ringbindung ist. So, damit ist mein Grundgerüst fertig und mir ist das noch zu langweilig und ich möchte das dann noch dekorieren. So, und dazu nehme ich jetzt eine Reste-Box mit Sachen, die ich schon mal, also die fertig gestempelt, koloriert und ausgeschnitten sind und werde die da einfach raufkleben. Und im Grunde genommen ist das immer der Schritt, der auch am längsten dauert, weil ich halt überlege, was nehme ich, was nehme ich nicht. Das zum Beispiel habe ich dann nachher dann doch nicht genommen. Was ich neu auf den Kanal ist, nehme ich gleich kurz die Reste-Box. Und zwar, das sind Boxen, die ich auch so grob thematisch sortiert habe, wo dann eben, ja, Reste reinkommen. Zum Beispiel der junge Mann da hier mit seinem Rucksack, den hatte ich gestempelt und so weiter für eine Etisiv, und zwar so eine Stempelmännchen und hatte dann noch einen über. Und der kommt dann in diese Box, weil ich den dann irgendwann halt verwenden möchte. Finde ich auch schön, weil da ja viele Adressen von Stempelfreunden drin sind. Oder auch, wenn ich jetzt einen Stempel zum Beispiel neu habe, kann das halt sein, dass ich den erstmal koloriere, ab- und dann ausschneide und dann kommt der erstmal in die Box. Oder ist es auch so, dass ich denke, oh, das möchte ich für so ein Projekt haben, mach das fertig, merke, dass das dann doch letztendlich nicht passt. Das Praktische an diesen Boxen ist, dann halt, wenn ich jetzt solche, sage ich mal, ich würde es Mix-Media-Projekte nennen, mache, wo ich auch Einzelstücke mache, teilweise, dann kann ich halt an diese Box gehen, mir die Teile raussuchen, und es geht wesentlich schneller, obwohl ich trotzdem das Gefühl habe, es hat ewig gedauert, dafür, bis das fertig war, weil ich habe, glaube ich, jetzt fürs Dekorieren noch so eineinhalb Stunden gebraucht. So, wenn euch hier irgendwie interessiert, nach dem Motto, so, wo kommt denn jetzt da dieser komische Glatzkopf hier, ist übrigens auch von Katze Kraft, dann schreibt mir das einfach in den Kommentaren, dann versuche ich nochmal nachzugucken, welche Firma das ist, oder wie das Set heißt, aber, ich bin halt kein Shopping-Kanal, und das Wichtigste ist auch, es soll eine Anregung sein, wie ihr zum Beispiel arbeiten könnt, ähm, wichtiger ist ja, dass ihr die Sachen benutzt, die ihr da habt, und, ähm, es soll ja nicht der Zweck sein, dass ihr jetzt sagt, oh, jetzt muss ich mir aber genau die Stempel kaufen, die sie im Video benutzt, das ist ja nicht Sinn der Sache. Das kleine Party-Monster finde ich auch echt knuffig, also ich klebe jetzt einfach diese Figürchen auf, weil ich dachte, auch wenn das jetzt Visitenkarten vorne ist, zum Geburtstag gibt es ja immer Post, und gucke einfach so, was mir da gefällt, wobei ich auch schon sagen muss, also, da war ich wirklich ein bisschen unstrukturiert, das hat mir nicht ganz so gut gefallen, wie nachher die Innenseite von dem Cover. So, auch für die Neuen, genauso wie ich jetzt diese Reste-Boxen habe, für Stempel, Stammsteile und so, habe ich auch eine Texte-Reste-Tüte, beziehungsweise mehrere Tüten, wo dann Texte halt drin sind, die benutze ich dann jetzt auch für die Projekte. Bei der Möwe steht jetzt Despite the look on my face, I'm still of good chair. Und, und, die guckt ja eh so ein bisschen bedröppelt, und dann kriegt sie noch so einen Toilettenpümpel auf den Kopf. Die Alice kriegt auch noch einen Text, und zwar, aber den übersetze ich auf Deutsch, ich kann das nicht aussprechen, auf Englisch, und zwar Neugierig und Neugieriger. Finde ich nämlich auch ganz schön. Den Text habe ich da aus diesem Alice-Ticket ausgeschnitten. Das habe ich bei Vektorien-Design gekauft, meine ich. So, jetzt kommen hier wieder meine geliebten Glotzis. Und zwar, die sind von Acapella, einer kleinen, feinen Stempelschmiede, und ich liebe diesen Stempel mit diesen drei Viechern. Wenn ihr meinen Kanal folgt, habt ihr die auch bestimmt schon gesehen, an der einen oder anderen Stelle. Und ich habe mir auch gesagt, das Album ist ja sowieso für mich, und bei den Projekten, die für mich sind, da kann ich die dann auch, wie ich lustig bin, so oft einsetzen, wie ich möchte. So, bei diesem, der an Herr der Ringe erinnern möchte, eine Figur, der hat nämlich zwei stempelnden Augen, und er kriegt den Text in my defense I was left unsupervised, also in meiner Verteidigung, ich war unbewacht, und dann hat er sich nämlich ganz viele Stempel gekauft bei einer Messe. So, ich habe den Text, wie ihr seht, dann noch auf schwarzes Papier geklebt, und noch einen weißen Rahmen gemacht, und jetzt zeichne ich noch so eine Aufhängung mit zwei Schleifen, damit der Text da nicht einfach im Raum schwebt, sondern, ja, wie bei so einem Theaterstück hingehängt ist. Bei Projekten für mich benutze ich inzwischen auch ganz gerne meine Rob-Ons. Hier seht ihr, ich benutze auch dafür das Werkzeug der Natur, und zwar meine Fingernägel, eigentlich sind da teilweise solche Art Eisstiele dabei, mit denen man das aufbringen kann, aber bei denen klappt das normalerweise auch ganz gut mit den Fingernägeln. Und da gucke ich dann halt, wo mir dann noch was fehlt. Ich hatte jetzt da links bei der Alice, wollte ich noch gerne eine Zahl haben. Und damit ist jetzt auch tatsächlich mein Vorausscover fertig, und ich kann mich jetzt nochmal um die Rückseite kümmern. So, ich habe dann mich entschieden für den Text, alles billiger als ein Psychiater, den habe ich auf Velum embossed. Das Problem bei Velum ist, man sieht halt den Kleber durch, ich konnte das jetzt hier nicht fest tackern, und deswegen habe ich jetzt da hier noch so Masking tippe rüber gemacht. Ist jetzt nicht meine beste Arbeit, habe da jetzt auch noch einen Rahmen gemacht. Aber es muss ja auch nicht immer alles perfekt werden. Ich habe da auch noch so ein kleines Ticket hingeklebt, damit da irgendwie so ein Gegenpart zu der Blume ist. So, der Blau Bereich war mir noch ein bisschen zu langweilig. Deswegen habe ich jetzt einen einfachen Spiralstempel rausgeholt. Ich habe an meinem Arbeitsplatz eine Box mit Hintergrundstempeln und das Archival-In-Stempelkissen genommen, weil das ja mit Acrylfarbe ist, der Hintergrund. Und damit ich nicht auf dahin stempele, wo ich das hat dann auch ganz gut geklappt, dass man das gar nicht so gesehen hat, dass ich das erst im Nachhinein gestempelt habe. Ich habe dann auch mit dem Posca-Pen noch so paar weiße Punkte ergänzt. Meistens erst mal einen groß größeren und dann so zwei kleinere daneben. So, jetzt mache ich mich an die Rückseite vom Cover. Hier jetzt die Red Queen von Alice im Wunderland. Die ist von Stamp Boutique einer ganz tollen Stempelfirma. Verkauft ihre Stempel auf Holz. Ich liebe die Motive von denen. Habe auch von denen einige Stempel. Hier kommt jetzt auch schon wieder so ein Glotzi. Der schummelt sich jetzt auch auf die Rückseite. Und da kommt jetzt ein Wahl hin. Dazu muss ich sagen, ich hatte neulich den Anhalter durch die Galaxis gesehen. Hatte dann den Text Don't Forget to Fly und fand irgendwie das ziemlich passend, auch wenn es vielleicht ein bisschen zynisch ist, wer den Anhalter kennt und weiß, was mit dem Wahl nachher passiert. Dann auch wieder mit so einem Fineliner 0,05 einen Rahmen um den Text. Ich finde das sieht immer noch so ein bisschen schöner aus. Da gucke ich auch immer wie da der Platz ist. Manchmal ist halt nicht genug Platz das halt noch zu machen. Und jetzt stempel ich hier auch noch ein wenig von diesem Spiralstempel drauf. So, wer den Anhalter kennt, weiß, dass der Wal ja nicht alleine ist. Da ist noch ein Blumentopf und ich habe tatsächlich eine Blumentopf Stanze. Also musste jetzt erstmal diese Stanze zum Einsatz kommen. Und das andere war, ich wollte, dass da jetzt auch eine Blume drauf ist. Ich hatte jetzt aber auch keine Lust irgendwelche Blumenstempel rauszusuchen. Deswegen habe ich die gemalt. Also ich habe die Blume halt mit einem Fineliner gemalt und habe die dann mit diesem Posca Pen einfach koloriert. Also die grünen Blätter ähm Außen das Rot in Rosa und dann noch ein paar weiße Punkte als Highlights. Diese Posca Pen müssen auch mal ein bisschen trocknen also an der anderen Stelle weiter arbeiten und zwar bei der Red Queen und sie hat den Text bekommen her Immortal Beauty. Dann habe ich auch hier wieder zu den Rob-ons gegriffen. Also sowieso generell so ich lege mir ganz gerne das Material hin mit dem ich arbeiten möchte damit ich nicht groß ständig aufstehen muss. Das geht nicht nur dafür wenn ich halt Videos mache weil ich dann ja das Video anhalten muss oder vorspulen das rausschneiden sondern generell ich habe bei der Blume das jetzt die Außenlinien auch nochmal nachgezeichnet kommt jetzt hier die beiden Highlights einsetzen und habe jetzt bei ihr oben noch das Wort Poison also Gift ergänzt die ja wenn wir ehrlich sind ist sie ja doch ein bisschen giftig und jetzt kommen hier auch nochmal paar mehr Glotzis auf die Seite da die Glotzis natürlich auch irgendwas zum Anglotzen brauchen habe ich dann diesen Clown Fisch mir rausgesucht der sich als Hai verkleidet hat dazu aus meiner Restetextetüte ist jetzt guck mich nicht in diesem Ton an finde ich passt ja ganz gut hat sich aber doch noch ein Glotzis da reingeschummelt der jetzt auch nochmal diesen komischen Fisch bewundern will und vor allen die spannende Frage ist ja ob das wirklich klappt dann habe ich da in dem schwarzen Bereich noch paar weiße Punkte ergänzt wieder mit dem weißen Posca Pen ich und habe dann überlegt das Ganze sieht ja ein bisschen aus wie Wellen und deswegen habe ich dann beschlossen da kommt oben so ein Fisch hin der da so raus lugt habe dann auch geguckt was ich noch habe hier ist auch so ein Papier Bötchen was auf der obersten Linie halt schwimmt und ich habe da den Hai also von denen hatte ich mir mal als ich Zeit hatte einige abgestempelt wollte damit auch noch was machen habe ich noch nicht geschafft deswegen sind die in die Reste Box gekommen und auch hier kommt jetzt der Clown Fisch mit seiner Haigtarnung drauf und noch guckt ja der Hai ganz freundlich ich finde der Clown Fisch so ein bisschen bedröppelt und ja mal sehen was dann passiert wenn die beiden aufeinander treffen ich habe dann halt auch so ein bisschen was ausprobiert habe dann wieder mal Reste Texte Tüte wie ihr seht rausgeholt so ich habe mir dann was rausgesucht und zwar fand ich der Spruch Rebell passt halt wirklich gut weil nämlich so finde ich dass der Clown Fisch echt ein Rebell ist der schleicht sich jetzt da bei den Haien unter wie ihr seht habe ich wieder wieder aus einem Rahmen gezeichnet fand aber dass der Text so ein bisschen unter geht deswegen habe ich die nochmal auf so ein orangenes Papier geklebt war jetzt vom Farbton nicht ganz ideal sage ich mal aber okay so ich habe gemerkt der Hintergrund war mir ein bisschen zu dunkel also habe ich noch Punkte ergänzt immer in so einer Dreier Serie und bevor ich da bei der mittleren Tasche die Punkte machen wollte habe ich gesagt klebe ich erstmal den Text auf und zwar just because my path is different doesn't mean I'm lost also auf deutsch wäre das nur weil mein Weg an anderer ist bedeutet es nicht dass ich verloren bin finde ich passt auch ganz gut zu den Clown Fisch der ja irgendwie doch etwas anders ist als seine Kollegen wenn er sich da unter die Haie schummeln möchte und dann habe ich da oben auch noch die weißen Punkte weiter ergänzt so meine beiden Cover Seiten sind jetzt fertig was mir jetzt noch bleibt ist in meine Seiten für mein Adressbuch die Löcher rein zu bringen da ist es halt ganz gut wenn ich dann ein Muster mir mache also dass ich jetzt zum Beispiel das halte ich ran dass das möglichst mittig ist und da empfiehlt sich kann ich entweder das machen dass ich dann halt das Werkzeug da so ran halte oder eben mir dann ja einen Punkt zeichne wie ich das jetzt hier mache weil ich merke durch das Eyelight komme ich da gar nicht richtig ran mit der Maschine mehr und das wird jetzt mein Muster damit ich bei allen anderen von den Einlegerseiten mir auch diese Löcher rein stanze damit das halt einigermaßen ordentlich aussieht wenn die in dem Album drin sind das war jetzt so ein kleines Zwischenprojekt weil ich gemerkt habe ich habe doch keine Lust die ganze Zeit nur ein Backbuch zu bauen sondern hatte im Moment halt auch noch so paar andere Ideen ich zeige euch auch noch dieses erste Dressbuch wie das entstanden ist und es geht dann auch versprochen weiter mit dem Backbuch da bin ich auch noch nicht ganz durch Ich danke euch schon mal fürs Zuschauen schön dass ihr reingeguckt habt und wie ich vorhin auch erwähnt habe jetzt falls ihr ich gehe davon aus ihr habt die Stanze nicht dann schneidet euch einfach hier rechteckig eure Seiten aus ich hoffe das Video hat euch gefallen über jeden Daumen nach oben freue ich mich genauso wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt geht auf abonnieren damit ihr auf den laufenden bleibt ja und wenn ihr noch Fragen habt Anregung oder Wünsche hinterlasst mir gerne einen Kommentar ich versuche da auch möglichst zügig drauf zu antworten und ich hoffe dass wir uns dann bald wieder sehen tschüss 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 s tschüss tschüss